Samstagmorgen, 5.10. kurz vor Öffnung des Showrooms, unser letzter Tag in der Aktion Räumung. Ja, vielleicht sogar der insgesamt letzte Tag von mir hier in Empfingen. Guten Morgen, heute geht es nochmal rund hier, da bin ich mir sicher. Und wir werden nach heute ca. 70% unseres ursprünglichen Warenbestandes Anfang September verkauft haben. Dafür möchte ich Danke sagen, das freut mich sehr. Und was mich aber wundert ist, die Qualität der restlichen 30% ist eher im Schnitt höher wie vorher. Also wir haben viele, viele tolle Schnäppchen noch da. Relax-Sessel von Schilik, von Keuner, Himmola und Hugla, Sofas von den gleichen Herstellern, Garnituren, Einzelsessel, Stühle, Tische. Von allem haben wir noch gute Ware da. Und deshalb, ich drehe sie jetzt mal um, um Ihnen was zu zeigen, zeige ich Ihnen jetzt hiermit ein bisschen Ware. Heute Morgen, Sie sehen hier noch tolle Stücke von Keuner, nochmal ein Keuner. Hier kommt Tommy M., am Schluss habe ich es vielleicht auch unbewusst etwas sortiert. Das ist die Wohnszene von gestern. Also wirklich tolle Sachen. Wir gehen auch noch kurz rüber in den vorderen Bereich. Da haben wir Stühle und Tische da drüben, sehen Sie. Eine schöne verkaufte Garnitur. Auch der Sessel ist weg. Aber hier haben wir noch zwei tolle Schilik-Sessel. Ein Hugla-Sofa dazu, einen schönen Tisch. Und da haben wir noch zwei schöne Schilik-Sessel. Da vorne noch eine Essgruppe von Winn Jakob mit einem Tisch Job. Und ein tolles Sofa, Tommy M., haben wir hier stehen. Und hier ein tolles Hugla-Sofa. Und da stelle ich sie mal ab. Und moderiere meinen Schluss an. Also heute geht es nochmal rund. Ich werde am Sonntag, also morgen, schon die ersten Umzeichnungen wieder vornehmen. Und am Montag wird es dann ein begrenztes Programm. Vielleicht noch ein paar Tage geben, bis ich hoffentlich den Shop verkauft habe. Aber die Präumungspreise enden morgen, nein, heute, 5.10.23 Uhr 59. Also, vielen Dank Ihnen für Ihren Schnäppchen-Einkauf. Vielleicht, ja, vielleicht sehen wir uns wieder. Und vielleicht können Sie ja jetzt, heute noch ein Schnäppchen bei profischnapp.de machen. Wir freuen uns über jedes Stück, was uns jetzt verlässt. Weil, das müssen wir schon nicht einpacken zum Umlagern. Danke und Tschüss, Ihr Lutz Reinhardt von profischnapp.de